und willkommen zurück zu einem neuen part von tankstelle beim letzten mal haben wir alles gestrichen wie ihr seht und ja heute machen wir weiter weil ich habe festgestellt wir können jetzt hier am computer regale kaufen und das machen wir in den tagen da genau alkohol stammt dreh ich den denn so ok wo packen wir den denn hin in die ecke würde ich sagen nehmen die mülltonne einfach genau dahin ok dann haben wir noch noch ein zwei davon gekauft ach nee das sind das andere waren dingens teile für autoteile dahin und dann haben wir noch den hut ständer packen wir einfach in die ecke dahin so kunde an kraftstoff du bekommst dein benzin schwupp oh schlückung tut mir leid willst du noch was kaufen nicht schade traurig gedacht du willst was kaufen wir müssen sachen bestellen außenbereich aha dann machen wir den mal frei ne entferne sandhaufen ok machen wir das mal zuerst wo ist denn unser brumbrum unser bagger wollen wir den letzten mal hingestellt bagger das bagger hallo bagger 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 machen wir eben den sandhaufen weg hoch da da war gerade was da ja lmb da ok da muss das noch mal hin da 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 müssen wir hin mit dem sand und weg damit oder wirklich kein sprit mehr ist natürlich nicht so doll ne warum ist das wird nix da geht es jetzt jeden moment aus da müssen wir eben kraftstoff holen gehen nicht erstmal tanke ich dich hier voll zack bütteschön möchten sie noch was kaufen ja doch ich habe ja gar nichts weiter kaufen können ich bestelle mal eben was lieferung ach weil ich den parkplatz und ich habe noch genau ist das denn okay ich suche den kanister zum tanken wo ist denn dieser sind auch hier hinten da also da oben so sicher ist der kauf war wieder da wieder wegpacken und einmal dich tanken zack gerne gerne so tanken werde ich einmal voll ist der jetzt feuer kommen wir können dem noch nach furie kann ja nicht schaden immer voll machen okay und das ist tatsächlich voll das freut mich doch heute haben wir einen parkplatz ich habe einmal rüber drehen mal eben so parkplatz ist frei das können wir gleich kaufen kommt den sand eigentlich jungen wo meine abholen ich glaube nicht ach kommen wir lassen hier stehen wird schon keinen stören konnte ich nicht sprinten hier kann ich nicht schade ja du kriegst aber dann bin es benzin aus danke kann ich jetzt den parkplatz kaufen so haben wir das erledigt jetzt können wir bestimmt hier immer noch nicht nehmen den anruf von dem onkel entgegen okay ich komme ja schon onkel ich komme ja schon so i see the business is doing well i'm calling to congratulate you on successfully getting it off the ground but you can't run a business on fuel alone i've had a few of my people deliver some extra stock for those empty shelves of yours time to talk money you now owe me well i'll send the invoice to your email don't miss it i'm sorry nephew but there's just no room for charity nehmen die kiste mit dem jahr gut um sie in die regale zu stellen okay machen wir das mal ich komme sofort herkunde an kraftstoff bitte bitte menschen cool ich hätte schon verkaufen kleiner tisch wird raus kaufen kauf ein bisschen geld haben wir ja noch kaufen kann alle kaufen rückseite ok das reicht ach du scheiße geht das jetzt hier l shift um das spiel zu starten ok wow das war knapp ja gerne gerne ein bisschen waschmittel und autozubehör ach ne das ist öl ne kein waschmittel gerne gerne kann man das nicht irgendwie sauber wischen oh eine sache nur ok natürlich noch viel mehr was sie hätten kaufen können hut ein aluhut noch ein aluhut gerne gerne so eine neue e mail ok e mail habe ich doch alles schon gelesen ne da dalien äh treibstoff mitansorgung farbeinkäufer ja kasse ja ok ist ja kein problem kunden an treibstoff treibstoff genau an treibstoff ach ich muss ja ich hab nur noch das ist natürlich nicht so doller aber die wollen gut benzin haben wir haben immer gut benzin dementsprechend sollten wir das vielleicht sogar schaffen ne bezahlen einfach mal ah guck mal da kommen wieder menschen ach wir können ja jetzt geht das bei denen ne schade die kann man nicht beklauen kann man nicht beklauen ah egal wir lassen das erstmal wir bedienen erstmal die kunden an der kasse ich frage mich wie man das band sauber machen kann das konnte man doch eigentlich sauber machen errungenschaft freigeschaltet und dahin werden wir nicht bezahlen können tut mir leid leute aber das wird nix das wird nix seine leute würden mal mehr kaufen danke danke ah und rechts oh so und schon ist es wieder sauber gut ne find ich auch gut wieder ein kunden an kraftstoff zack noch mehr kunden für innen drinne ne im leben schaffen wir das nicht den daien abzubezahlen im leben nicht hm tschüss fahrt mal alle weg hm hm keiner mehr da oh ok was machen wir denn jetzt was machen wir denn jetzt was machen wir denn jetzt wir haben kein geld da kommt ein kunde wow ah wir könnten mal eben ja mal durchfegen weil die leute sich beschweren dass es hier dreckig ist so schon ist es sauberer schon wieder ein erfolg wow ja ich mache jetzt den hier und dann mache ich den kunden an kraftstoff ja du auch pff was passiert denn gleich wenn die zeit rum muss nix doch zwei minuten noch great danke bitte egal was möchten sie denn kaufen der herr noch mehr kunden kommt bei mir kauf hin oh schade das ist traurig die gehen einfach ohne was zu kaufen aha auto so dreckig ach das war die jetzt haben wir es nochmal versucht da nicht da ja entschuldigen sie aber ich möchte erst ihr auto knacken oh ja egal ja hub 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 hirn wir da ein nein aber hier ist einer ich bin der schnellste tanker der welt oh unser benzin geht gleich alle oder ups zu viel egal pech also pech gibt ja genau komm doch mal kaufen hier kauf nochmal was bei mir wir lassen die zeit auf abläufe brauchen halt geld ja irgendwie ne kann ich denn schon mal irgendwas ne immer noch nicht kann man ja nix bestellen jetzt ist die wie einfach gegangen hallo er kauft sich nen hut ok alles klärchen er kauft sich direkt mehrere hüte ok oh yeah menschen einkaufen bitte ihr alle aufgabe erledigt ein neuer kunde für die zapfsäule nice hub so jetzt könnt ihr hier drinnen gerne auch noch was kaufen ganz viel am besten ja mache ich sofort ich mache eben erst die kunden fertig dann gehe ich den telefonanruf annehmen bitte bitte so jetzt eben den telefonanruf entgegen nehmen hier ich komme ja schon hey punk where is our god damn money das war es schon ach das war der prolog ne ich gehe mal zum hauptmenü ähm und damit beende ich auch erstmal den part of es hat euch gefallen wenn ihr gerne mehr wollt lasst gerne ein like da und dann würde ich sagen bis zum nächsten mal tschüss tschüss